Hallo, ich bin Karin Wittig. Ich komme aus Bietigheim-Bissingen. Ich bin 61 Jahre und ich habe an Fotoerfahrungen ein paar private Shootings gemacht, weil ich viel online unterwegs bin, war bei der Fotoagentur und mein Lebensmotto ist, je älter ich werde, umso besser werde ich. Ich bin offen für Neues, ich habe Lust auf Fotos, ich hätte auch total Lust auf eine Modenschau und ich freue mich auf alles was kommt. Dankeschön, tschüss. Dankeschön.